hatte ich noch irgendwo hier ist auch irgendwie so eine priester tante ich doch irgendwo eine noch abgeschlossene ach wurscht ok selbst falsche taste da fähigkeiten kann wieder hier was lernen als nächstes können wir hier schaden reduzieren und dann die primitive heilung ich wollte aber eigentlich gucken dass ich jetzt hier noch nordton organisiert bekomme gleichzeitig dass da alles einnehmer dann gehe ich am besten hier hin jetzt bin ich in dieser höhle kämen wir uns hier das lagerfeuer und laufen raus die schenken bleiben wir haben einen straffen zeitplan hier lang also wieder nacht und ich wette hier ist doch irgendwo stein dass ich den ganz nordton wieder dann bekomme wenn ich nicht mehr brauche also im belohnungsmenü das ist doch wieder nur normaler holz brauchte ich doch auch so hey blöder köter haut ab hier geht das mammut da jagen hier oben ist auch noch irgendwo stein 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 alles wieder kein nordton jetzt habe ich mir wieder einen wolf hier hier so also jetzt links von da wo ich gerade gekommen bin da sind udam vielleicht haben die ja ein bisschen nordton für mich hallo hallo was du nordton feuerstein und schascht voll mann so blödes mammut lass mich bloß in ruhe keine lust auf stress mit dir ich weiß gar nicht kann ich holz äh fleisch gebrauchen schau mal fleisch und tierhäute fleisch kann ich gebrauchen tierhäute anscheinend auch also auf jeden fall legt sich da gerade jemand mit dem mammut an ich will nichts von euch lasst mich doch aus eurem streit ähm ich muss aber irgendwie da lang so so da da fühlt mich mein weg hin hier ist wieder auch holz haben wir hier vielleicht mal einen seltenen wolf nö alles nur oder 15 wölfe da war auch wieder ein silberzahntiger hier ist ein bisschen stein den ich zwar eigentlich jetzt gerade nicht wirklich brauche aber es schadet es auch nicht den mitzunehmen da ist auch irgendwo ein normaler stein ich brauche ton schon nordseeder auch ja keine besonderen wölfe dabei dann macht die fliege weg mit dir weg mit dir weg mit dir und erledigt durchsuchen wir die mal alle schön hier ja komm aber lass mich in ruhe gut braves mietekätzchen hat mich auch schön in ruhe gelassen so warum hat keiner von den bis kein nordston sind doch alles nordmänner werden da wohl nordston brauchen sammeln was auch immer anzünden krass wie wenig feine ich schon wieder habe so das war glaube ich das letzte leuchtfeuer im nord das heißt wir brauchen noch nicht einmal einen außenposten den da und dann geht es einfach weiter nach weiter norden in der hoffnung dass ich auch den benötigen nordton finde wie brauche ich denn eigentlich oh 14 von den nordstädern brauchen wir auch noch eine das glaube ich lässt sich leichter bewerkstelligen ich könnte mich natürlich auch so oft immer schlafen legen bis ich den nordston einfach durch das klobenslager bekommen habe aber ich glaube eher dass ich das dann bekomme wenn ich nicht mehr brauche dann sammeln wir mal tierhäute und sowas von den typen hier ein aber nicht das was wir brauchen da lang da ist auch die nordstädter die wir brauchen hier oben noch direkt mehr blödes jack aber ich hasse die viecher warum sind die viecher so aggressiv damit wo war hier mein speer seltenes jack ich verstehe das nicht dass die immer so aggressiv sind die viecher ich will den gar nicht ans leder aber die wollen mir immer ans leder hier haben wir ein bisschen fleisch rumliegen wir sind schon im außenposten habe ich gar nicht so richtig gescheckt ich dachte wir werden hier in irgendeiner höhle ach irgendwo von wo kriege ich hier schaden blutvam wo bist du eigentlich hör auf mit dem mist hey dicker die bin ich komm her komm her hm ok ich habe ja noch einen bogen verdammt heilen verdammt weg damit sollt man eigentlich irgendeinen was sind die denn hier da wieder haben wir lieber heilen komm machen wir hier paar speere so der wäre weg blutvam komm her ah verdammt daneben ich will dich mal lieber füttern dass du mir hier nicht weg stirbst kleiner und ich sollte mir selber auch nicht weg sterben ok hä wird doch gerade noch keiner so einfach wieder heilen und wieder Pfeile nehmen ok da haben wir den außenposten eingenommen platuhöhle außenposten fehlen nur noch drei außenposten jo blutvam treibt sich wieder da irgendwo rum da kommen wieder die venja wenn alles vorbei ist ich habe immer noch kein oder nicht genug nordschton ah da bist du ja blutfang das klingt so als wäre da oben noch irgendwie action hier ist auf jeden Fall noch irgendwo stein da wieder so ein doofes mammut da vorne hier irgendwo muss noch der stein sein lasst mich da rauf ok ist nicht der stein den ich haben will aber nehme ich es trotzdem mit tjo alles dritte das ist nicht das was ich haben will da soll irgendwo was sein aber Oder vielleicht in der Höhle. Weil ich sehe hier nichts. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich auch groß gesucht habe, hatte ich ja dann den meisten Erfolg hier so in der Gegend. Ich gehe mal hier hin. Versuche mich mal in der etwas matschigeren Gegend. Guck mal, jetzt mal gucken. Belohnungslager. Da haben wir einen Ort, Turm. Aber nicht genug. Ich brauche... So wenigstens nicht mehr so viel. Vier Stück noch. Komm, du musst doch... Hey, lass mich raus... Lass mich raus da! Weißt du, willst mich hier nicht verarschen? Weg da! Was ist das für eine Driehte hier? Jetzt komme ich hier nicht raus. Ach, hier ist ein Ausgang, da. Steht da einfach mitten im Weg. So. Da liegt ein totes Mammut. Irgendwie Fleisch. Will ich alles nicht. Ich brauche einen Rotton. Ich gucke dafür aber in die falsche Richtung. Da ist der Norden. So. Hier haben wir auch Nord C da. Und das ist auch ein bisschen mehr so... ...die matschigere Gegend. Also finden wir hoffentlich hier Ton. Da sind wir wieder ein paar Venja. Aber ja, klar. Kein Ton. Da ist wieder Holz. Okay, Holz scheinen wir jetzt auch voll zauber. Kann ich ja eigentlich... ...smal wieder hier... ...alles nachrüsten. Ist das nicht so ein seltener Esch? So. Den haben wir. Ah, Mann. Irgendwas hat uns da anvisiert. Löde Udarm. Hä? Was war denn das? Müssen wir mich verarschen? Das habe ich jetzt nie verstanden. Jetzt haben wir da oben mehr Ton drin. Alp, du dover. Mann. Der ist echt nervig. Taka spielt die ganze Zeit Fußball. So. Das ist ein normaler Elch. Schnappen wir uns aber auch. Kommst du her? Lässt dich häuten. So. Fleisch und Tierhäute haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Und immer noch kein Nordton. Ah. Das ist echt zum Mäuse melken in diesem Spiel. Man kriegt nie das, was man braucht. Wolltest gleich mal hingucken. In deiner Gegend. Udarm. Aber dann haben wir hier alle ausgelöscht, die Udarms. Anführer ist tot. Viele kann es von denen ja nicht mehr geben. Ey Katze. Hau lieber ab. Wieder kein Nordton. Ich finde zwar die ganze Zeit Norden gelegene Zeug. Aber immer noch nicht das, was ich will. Na, da ist wieder. Da ist was denn jetzt liegen. Hält nur auf. Ziegen. Wenn ja. Ja. Ich scheine aber auch generell gerade ein bisschen mau zu sein. Da sind es glaube ich wieder Udarm. So. Blutwagen. Hör auf mir immer einen Weg rum zu laufen. Langsam nervst du. Darauf fress lieber ein paar Udarm. Da ist wieder irgendwas. So. Wieder nur der andere Stein. Was soll es auch anderes sein? Das kann doch echt nicht angehen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich laufe wieder in die falsche Richtung. Bus da lang. Ich habe mir gedacht, ich laufe immer nur bergauf. Aber das war nicht ganz richtig. Ich hätte nur noch eine andere Idee. Ich gehe jetzt mal hier hin. Nicht, dass es vielleicht daran liegt, dass ich einfach nicht am Gewässer bin. Weil den Südsteinstaub findet man ja auch nur beim Gewässer. Das wäre zumindest dann verständlich, warum ich die ganze Zeit nichts finde. Also was anderes fällt mir jetzt auch echt nicht mehr ein. Ich habe aber da, wo ich ihn gefunden habe, auch nicht so ganz darauf geachtet. Ich weiß nur noch, dass es halt auch hier so ein bisschen diese matschige Zone war. Glaube ich jetzt richtig? Ja.